So, da sind wir wieder. Die Verstärkung kommt jetzt. Ihr seid unwürdig. Bis jetzt war es ja noch ein ganz gutes Festival, aber jetzt werden wir angeschüttet. Thor, danke für die Hilfe. Da sitzen Zivilisten fest, hinter der Barrikade. Verstanden. Bleibt hinter mir. Ich kümmere mich darum. Ja, das ist Stark. Ich weiß nicht, dass nur du den ganz gespart haben darfst. Ah, die fliegen jetzt. Jetzt dürfen wir Iron Man spielen. Da wurde bestätigt, dass die Nummernschilder auf der Brücke zu dem heute Morgen gestohlenen Shield-Konvoi passen. Statt das in einem von Furys Berichten, die ich nie lese? Komm schon, Tony. Diesen Pulsar-Raketen? Zum Glück hat Fury meine beste Take an einem ausgelagert. Aua. Aua. Ach ja. Aua. Ich. Alles super. Ich hoffe nur die Jungs haben keine... Uh. Ich nehm's zurück. Sie haben Pulsar-Palter. Du bist mein Bruce. Code grün Jawoll Weg damit Was habt ihr gedacht, wenn ihr die Avengers angreift, dass ihr keine verliert, oder was? Ich hatte heute mit viel mehr Fanclubs gerechnet und Kuchen Konzentrier dich, Tony Ja, vor allem mit dem Kuchen Mit mir Die Panzer setzen der Brücke ziemlich zu Sie stirbt doch ein, wenn wir die nicht ausschalten Beeil dich, Großer Viel kann sie nicht mehr einstecken Was wacht mir erst mal Wer sprennt für einen Tanklaster Jetzt Deine Erfindungen sind gefährlich, Stark Hey, diese Waffen waren für die guten Jungs Findest du das etwa komisch? Nicht jetzt, wir werden gebraucht Oh Sieht gar nicht maß so gut aus bei der Chimera Jetzt haben wir ein bisschen Spaß mit Captain America An alle Einheiten, die Chimera wird angegriffen Evagiere die Zivilisten Blatt-Kanate Blatt-Kanate Los, los, los Oh, Jesus Was ist das? Ja, lange durch Ich versuch's Ich versuch's Torten 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 Avengers, hört ihr mich? Was ist da draußen los? Die sind das Die Wurz von Cap Jungs Wurz Avengers, bitte kommt Der Konvoi transportiert eine tödliche Schalldeskroftorbombe Unsere Feinde wollen sie in der Stadt zünden Ach so, Scheiße Ich wiederhole, eine Schalldeskroftorbombe Ihr müsst sie sofort sichern Eine Schallbombe? Soll das ein Witz sein? Die UN hat die vor Jahren verboten. Dann sehen wir uns das doch mal an. Das nenne ich mal einen Auftritt. Ja, Avenger's Angriff. Ha, aber gut festhalten, Widow. Wir wollen nicht wieder das Vor-mir-Szenario haben. LKW! Verstanden! Ich nehme das hier. Ich hatte gehofft, dir zu begegnen. Sag, sag! Gib ihm! Das nächste Mal bessere Notizen! Nie wir. Die Welt wird sich an diesen Tag erinnern, als ihre Helden sie im Stich gelassen haben. Weg mit ihm. Verdammt, das war ein Trick. Steve, hörst du mich? Verschwinde da, los! Peter! Ah, gut. Abo geht's gut. Ich hab dich. Ich hab mich. Nein. Äh. Nein. Passwort, wenn du weißt. Erste Liebe? Erste Liebe von Tony Stark. Oh, Kamala, das können wir doch besser. Oh, ein Hackangriff. Ich weiß, dass hier ist was. Ich muss ins Hauptquartier. Da habe ich wohl jemanden aufgescheucht. Ich muss zum Hauptquartier und rausfinden. Was das Hauptquartier ist, sehen wir erst wieder in Part 3.